finden, der bei den Docks, der uns Informationen gab. Er könnte uns helfen. Sie haben ganz recht, Watson. Außerdem wäre es klug, einer jungen Frau einen Besuch abzustatten. Einer jungen Frau? So, jetzt haben sie was gesagt. Habe ich jetzt gerade aufgenommen. Wir können zum Zimmer. Die beiden sind so geil. Ne. Krass. Nö. So, wir spalten dann mal nochmal jetzt, weil es habe ich es ja endlich. Gut. So. Weiter geht's. In der Lucy gehen. Die haben wir da oben auf dem Dach gesehen, die haben wir schon gehört. Guten Abend, ihr Süßen. Ihr wollt ein bisschen Spaß haben, ja? Nun. Nein, Madam. Wir möchten nur mit einer ihrer Damen über eine äußerst dringliche Angelegenheit sprechen. Natürlich, Schätzchen. Wie viel Geld wolltest du denn ausgeben? Die Sache ist die. Madam, ich muss protestieren. Es ist nicht das, was Sie denken. Die Angelegenheit ist äußerst dringend und nicht im Mindesten fragwürdig. Oh, sicher. Ich verstehe schon. Ich weiß alles über diese dringlichen Angelegenheiten, die ihr Kerle mit den Mädchen zu besprechen habt. Aber bevor ich kein Geld von dir sehe, scheren sich du und deine dringende Angelegenheit lieber fort von hier. Zumindest seid ihr zu zweit. Da könnt ihr euch immer noch gegenseitig zur Hand gehen. Was hat sie gerade gesagt? Diese Amerikaner haben solche blumigen Ausdrücke. Was wollt ihr denn noch? Wir haben... Guten Abend, ihr Süßen. Nun... Nein, Madam. Wir sind hier, um einer ihrer Damen diesen Blumenstrauß zu geben. Sie wissen, von wem ich rede. Wir müssen ihr etwas sehr Wichtiges sagen. Guten Abend. Haben Sie diese Blumen gebracht? Wer sind sie? Was ist mit... Mr. Arneson? Wir wissen noch nicht genau, was mit dem Gentleman passiert ist. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Hören Sie, Miss... Lucy. Meine liebe Miss Lucy. Mein Freund und ich sind extra aus England angereist. Sie haben uns heute Morgen vielleicht mit dem Sheriff zusammen gesehen. Arbeiten Sie für ihn? Nein. Tatsächlich verdächtigen wir ihn, unsere Ermittlungen zu behindern. Unser Fall hat entfernt mit Mr. Arneson zu tun, also sind wir zu seinem Haus gegangen, um mit ihm zu sprechen. Dort haben wir Beweise gefunden, dass er entführt und dass einer seiner Diener ermordet wurde. Entführt? Aber warum? Ich weiß es nicht. Aber die Zeit läuft uns davon. Bitte erzählen Sie uns, was Sie über Mr. Arneson wissen. Und lassen Sie nichts aus, Miss Lucy. Selbst die unbedeutendste Tatsache könnte von großer Wichtigkeit sein. Er ist so ein netter Mann. Und er hatte versprochen, dass wir im Herbst heiraten. Kam vor etwa zwei Jahren nach New Orleans. Er ist Jäger und wollte nur ein paar Wochen bleiben. War hinter etwas in den Sümpfen her. Weiß der Himmel was. Dann begegneten wir uns hier. Ich hatte gerade erst hier angefangen, wissen Sie? Madame sagte, sie würde mich nur gehen lassen, wenn all meine Schulden und eine Entschädigung für mich bezahlt würden. Vor ein paar Wochen sagte Errol, ich meine Mr. Arneson, dass sie die Lösung hätte. Vielleicht hatte er das Geld und wurde von Leuten entführt, die es darauf abgesehen hatten. Für die meisten hier in der Gegend wäre das ein kleines Vermögen. Und Sie wissen, wo er es versteckt haben könnte? Oh, das Geld ist mir egal. Wenn ich dafür Errol zurückbekomme, gebe ich es gerne her. Er hat mir einen Geheimraum im ersten Stock gezeigt. Er schießt mit einer Pistole, um ihn zu öffnen. Er sagt, dass nur ein guter Schütze das schafft. Hinter der Wand ist ein Schrank mit Waffen und einem kleinen Kästchen hinter einem großen Gewehr. Da ist sein Geld drin. Um die Schranktür zu öffnen, benutzt er den Siegelring, den er an der rechten Hand trägt. Aber wie kann Ihnen irgendwas davon helfen? Sie haben ja seinen Ring nicht. Sie haben uns mehr geholfen, als Sie glauben, Miss Lucy. Wenn Mr. Arneson noch am Leben ist, bringen wir ihn zu Ihnen zurück. Kommen Sie, Watson. Und jetzt, Watson, erforschen wir diesen Sumpf. Wir müssen diesen Fischer finden. Der bei den Dock. Ja, wissen wir doch. So. Mit dem Champagner in der Hand. Bitte. Wird das hier die Kosten für ein Boot decken? Die wurden nicht richtig gelagert. Jetzt sind sie ganz warm. Dafür kriegen Sie nur die Planken von dem Stapel da drüben. Und eine ihrer Laternen. Verkauft. Was haben Sie damit vor, Holmes? Wollen Sie ein Floß bauen? Statten wir diesem Arneson einen Besuch abbotzen. Wären Sie so freundlich, mir zu erklären, warum wir mit diesen Holzplanken hierher zurückkommen? Wir suchen einen Siegelring, Watson. Und wie können uns diese Planken dabei helfen? Wir müssen die Hand wieder beschaffen, die ihn trägt. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, ihren Finder anzulocken. Aber von wem reden Sie denn nur, Holmes? Das ist ziemlich klar, weil das so auffällig am Anfang war. Und der hat eine Hand verloren. Und was spälen Sie denn einen kleinen Räuber? Die Tatsachen sprechen für sich, Watson. Der Schlüssel, der Arnesons Schrank öffnet, ist der Siegelring, den er gewöhnlich an der rechten Hand trägt. Das war genau die Hand, die einer seiner Entführer abtrennte, während der arme Mann sich an dem Busch festhielt, den wir auf dem Weg zum Fluss sahen. Zufällig werden Waschbären von Aas angezogen und finden auch oft Gefallen an glänzenden Dingen. Ohne Zweifel hat sich einer mit unserer fehlenden Hand und ihrem Ring aus dem Staub gemacht. Ich habe Waschbäerspuren in der Nähe gefunden und zweifellos haben sie ein Nest hier in der Gegend. Finden wir die Waschbären, finden wir auch unsere Hand. So wie Sie das sagen, erscheint es ganz offensichtlich, Holmes. Es ist die einfachste Sache der Welt. Aber jetzt müssen wir einen Köder auslegen, damit der kleine Kerl herauskommt und uns zu seiner Höhle führt. Ziemlich einfach, das ist nämlich der tolle hypnische Schinken, der so richtig gut mit Fliegen umfänglich ist, dass das Holmes in den Abend liebsten essen würde. Genau der. Ich werde das draußen hinlegen, um den kleinen Teufel anzulocken. So. Hier, na genau. Ah, einfach weg, inhaliert. Watson, dort ist das Nest. Es ist auf dem Dach über dem Balkon. So. Jetzt versuchen wir wahrscheinlich mit den Holzplanken hochzukommen, gehe ich mal von aus. Mir fehlt etwas. Und sie ist auf eine Leiter gebaut. Entschuldigen Sie, Madame, ich kam hier nur zufällig vorbei und wollte Sie nicht stören. Obwohl ich sicher bin, dass Sie Mr. Arnison als einen Mann mit gutem Geschmack kennengelernt haben. Lecker. So, jetzt haben wir den Siegel ringen. Damit können wir jetzt den Schrank öffnen, würde ich mal sagen, weil es passt einfach sehr gut. Raumgeld. Und wohl nicht so. So. Ernsthaft jetzt. Das war es noch nicht. Können, umhammer war alles. Bah, nur eine Luftung. Die werden wir nicht mitnehmen. Sie hätten auf mich hören und zurück an Bord Ihres Schiffes gehen sollen, Mr. Holmes. Das ist der Sheriff. Schnell. Laden Sie das Gewehr, Holmes. Nein, Watson. Vergessen Sie die Waffe und kümmern Sie sich um die Leiter. Und zwar schnell, bevor Sie herunterkommen. Meine hochkommen. Oh, was ist denn? Los, Watson. Zum Hafen. Willst du jetzt selbst geboren, Leiter abkauen? Nice shot. Ist das genug, um ein Boot zu kaufen, Sir? Aber sicher. Ausgezeichnet. Könnten Sie uns den schnellsten Weg zeigen, um in das Sumpfgebiet in der Nähe der reichen Viertel zu gelangen? Das ist idiotensicher. Fahren Sie an der Flussbiegung entlang und bleiben Sie nah am Ufer. Einen letzten Gefallen könnten Sie uns noch tun. Das Boot, mit dem wir gekommen sind, soll morgen nach Europa fahren. Könnten Sie der Crew eine Nachricht von uns bringen? Es könnte nötig sein, dass Sie Ihre Abfahrt bis 8 Uhr früh verzögern müssen. Mache ich. Und noch eine letzte Sache. Wie können wir die Netze des alten Sam von den anderen unterscheiden? Die Netze vom alten Sam haben blaue und weiße Seile. Und jetzt, Watson, erforschen wir diesen Sumpf. So. Jetzt kommt diese... Eine der, ich sag mal, bekanntesten Sehnen hier von der Spur der Wachten. Nämlich das Fahrrad mit dem Boot hier. Hier ist der versteckte Durchgang, bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Hier im Sumpf, im Bayou und auch noch nachts. Hier im Sumpf, im Bayou und auch noch nachts. Mit blauen und gelb Folgen. Nicht sehr gesagt. Blut, das hier, ist nicht gerade beruhigend. Ja. Blut, du gehst felsen. Und da hängt jemand. Boah. Genau deswegen ist es der düstestste Holmes-Teil, also von den Spielen. Was ist das nur für ein schrecklicher Ort, Holmes? Wo haben sie uns hingebracht? In der Nähe des Ziels, Watson. In der Nähe des Ziels. Oh no, das Team-Overlayer funktioniert ja nicht, stimmt. Ich wollte ganz gut schon machen, so. Ich bin mal vorbei, pass ich noch. Nichts von wert hier, Watson. Das sind doch Krokodile oder Regatoren. Großer Gott, sehen Sie, dort im Wasser. Was für Monster. Nein, Watson. Es sind Krokodile und offensichtlich keine sehr gastfreundlichen. Mir fällt nichts Nützliches ein. Was machen wir jetzt, Holmes? Wir müssen sie mit einem verlockenden Happen von hier weglocken. Denken wir nach, Watson. Holmes, ich weiß nicht, wie man diese Kreaturen füttert. Und glauben Sie ja nicht, ich gehe ins Wasser. Bravo, Watson. Das wird die Reptilien in diese Richtung locken und den Weg freimachen. Viel besser. Aber wir sollten möglichst schnell hinübergelangen, bevor wir der nächste Gang werden. Ja, wir schießen gleich noch vor den Bäumen, um Krokodile wegzulocken. Deswegen ist es hier mein Lieblings-Holmes-Teil. Von den Alten zumindest. Achtung, Watson. Wir sind da. Halten Sie sich bereit. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Das ist ein Dorf von Kannibalen. Watson, sehen Sie nach, was Sie für diesen armen Mann tun können. Sein Diener hat sich furchtbar an ihm gerecht, indem er ihn diesen Wilden überließ. Was die anderen angeht, ich fürchte, da kommen wir zu spät. Ich habe noch nicht alles untersucht. Jämmerliche blinde Narren, wisst ihr denn nichts von der Ankunft des Großen einen? In diesem Moment kommen seine Diener aus seinem ganzen Königreich und die Erleuchteten werden ihm ihr Fleisch geben. Alle werden da sein bei seinem Erwachen. Kämpft nicht gegen die Berufung. Bald wird er aufhören zu träumen und unsere Welt wird im Ganzen verschlungen. Verneigt euch und sprecht das Dankgebet. Ihr seid die Nahrung seiner neuen Welt. Auf zu labern. Sehr gut. Ja, ich bete nehme ich ihn hier an. Und wenn der aufwacht, dann geht die Welt unter. Weil er träumt. Wir sind quasi nur ein Traum von ihm. Für alle, die sind mit Aufkauf, die sind wieder Mut haben. Ihr habt gedänzt es. Das kann ich nicht. Ja, ich habe wieder was. Was für ein merkwürdiges Buch. Ich habe diesen Dialekt noch nie gelesen. Perfekt. Es wird mir die willkommene Abwechslung auf unserer Heimreise bieten. Holmes! Helfen Sie mir dabei, ihn zum Boot zu tragen. Ich kann wirklich nicht sagen, ob er die Rückreise überleben wird. Beim neunschwänzigen Teufel, das ist doch Erneson. In der Tat. Kennen Sie jemanden, der ihn aufnehmen und pflegen könnte? Sie sollten zu der kleinen Lucy gehen, die auf dem Boot lebt. Ich weiß, wo Lucy ist. Bitte helfen Sie meinem Freund, diesen armen Mann auf den Kai zu heben. Dann gehe ich Miss Lucy holen. Was können wir für dich tun, Süßer? Madam, könnten Sie bitte Lucy ausrichten, dass wir Mr. Arneson gefunden haben? Und sagen Sie ihr, sie soll sich beeilen. Es könnte ihre letzte Chance sein, ihn leben zu sehen. Lucy! Lucy! Ah, da bist du ja. Dieser Gentleman hat deinen Freund gefunden. Mein Gott! Ist das wahr? Na sicher, er sagt's doch selbst. Was haben sie mit dir gemacht? Oh, mein armer Schatz! Oh! Oh! Er hat seine Hand verloren und steht unter starkem Schock. Aber mit Ruhe und liebevoller Pflege hat er gute Chancen, diese Verletzungen zu überleben. Oh, Madam, bitte! Wenn ich kurz etwas sagen dürfte. Wir haben dieses Geld gefunden. Eine große Summe, dem Mr. Arneson gehört. Ich glaube, es wäre gerecht, sie Ihnen anzuvertrauen. Ja, dann scheint ja alles klar zu sein. Ich werde mich gut um dich kümmern. Du wirst sehen, mein Schatz. Wegen Arnesons Haus. Dort herrscht einige Unordnung. Wenn Sie so gut sein könnten und dort alles wieder in Ordnung bringen würden? Sie können auf den alten Champagne zählen. Wird alles erledigt. Ich sehe, unser Freund ist in guten Händen. Wir beeilen uns, lieber Watson. Unser Schiff trifft schon Vorkehrungen zum Auslaufen. Unser Schiff trifft schon vor. Watson, ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Aber, Holmes, Sie haben sich jetzt schon vier Tage lang in Ihrer Kabine eingeschlossen. Draußen scheint die Sonne. Und der Wind vom Meer? Wenn Sie näher kommen, Watson, werfe ich Sie hinaus. Jetzt gehen Sie. Verdammt nochmal, Holmes. Mir ist langweilig. Ich ertrage die Unterhaltungen der Matrosen keine Minute länger. Wir haben eine Vereinbarung, Watson. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich kümmere mich um die Übersetzung des Buches. Sie studieren die Zahlen, die unser junger Freund Davy gezeichnet hat. Jetzt machen Sie sich an Ihre Aufgabe und überlassen Sie mich meiner. Aber Sie wissen doch, dass solche Rätsel nicht meine Stärke sind. Hätten Sie nicht eine andere Aufgabe für mich, die meinen Fähigkeiten besser entspricht, Holmes? Hm, natürlich. Sie sind schließlich ein Mann des Wortes. Also gehen Sie wieder auf die Brücke, nehmen Sie Ihr bewährtes Notizbuch und redigieren Sie diese kleine Abhandlung. Einverstanden. Zu welchem Thema? Meine Monografie über die berechneten Flugbahnen von Möwenexkrementen. Guten Tag, Watson. Wie ich sehe, haben wir eine Nachricht bekommen. Zweifellos von meinem Bruder Mycroft. Ah ja, ging ganz schön ab hier. Lieber Sherlock, du hältst den Brief wahrscheinlich bei deiner Rückkehr aus Amerika. Deine Anweisungen für die Schweiz wurden exakt befolgt und du wirst dich über die Ergebnisse sicher freuen. Vor ein paar Tagen besuchte die Schweizer Behörden das Institut schwarz-edelt-weiß und vorhin Hinweise auf Ärzte vergehen gegen die medizinische Ethik, so wie du es vermutet hattest. Ein Stück Gigax wurde gefunden und festgenommen. Leider griff er, bevor man etwas erfahren konnte, zu trastlichen Mitteln. Er trug eine kleine blöde Dose wie ein Kali bei sich. Er schrugte sie, bevor man ihn aufhalten konnte, und starb sofort. Seine Angestellten leugnen jedes Wissen über seine mörderischen Aktivitäten und die Hinweise deuten darauf hin, dass die Angestellten nur seine Anweisungen ausführten. Vorhin hielt die keine Spur. Aber dein Freund, Hauptkommissar Bilger, sagte mir, dass seine Männer während der Untersuchung eines utelischen Geschosses des Instituts eine bespritzte Grube fanden. Zu diesem Raum haben wir seltsames etwas Lachen, dass direkt von der Kunde der eben genannten Grube zu kommen schien. Darum können wir sein und ich glauben, dies könnte das Schreien der Patienten gewesen sein, die im Hof der Anstalt versammelt waren. Er meinte, das Geräusch wäre durch seltene Akustenverhältnisse abklängt worden und scheint nicht deshalb auf das dreckige Loch zu kommen. Diesmal schieße ich mich an und erzähle dir alles nur, damit du wirklich alle Fakten kennst. Du solltest auch wissen, dass der beängstigende Raum, seitdem er versiegelt wurde. Obwohl ein Großteil von Dr. Gigax Unterlagen vor dem Eintreffen der Schweizer Polizei gestört wurde, haben sie ein paar Rechnungen überstanden. Dies stimmt mit einigen verdächtigen Transaktionen überein. Auch die berühmte Diskussion der Schweizer Banken kennt ihre Kennenzen. Was ich erfahren habe, klingt zwar abstrus, aber wahrscheinlich. Es sieht so aus, als habe Dr. Gigax seine Hand auf einen großen Teil, wenn nicht sogar auf den ganzen Schatz von Lord Rochester gehabt. Grün erinnert sich vermutlich, dass Lord Rochester, der bekannte Londoner Milliardär, eine amerikanische Frau heiratete. Sie hatte nur ein Kind, einen Jungen namens Archibald. Nachdem der Junge seine Erziehung abgeschlossen und die Vorjährigkeit erreicht hatte, reiste er nach Osten, um die Diarressen seines Vaters zu vertreten. In seiner Besitzung in England unterhielt Lord Rochester einige Edelsteinminen in Indien. Nach zwei Jahren hatte Archibald ein Vermögen an Edelsteinen in höchster Qualität angehäuft. Die Schürzen darunter kamen in eine Truhe, die auf ein Schiff nach England mitnahm. Dann wandte sich das Ficksal gegen ihn. Wetter er noch die Edelsteine erblickten jede der Land, denn eine fußbarer Sturme senkte das Schiff in der Nähe der indischen Küste. Nur wenige Mitglieder der Mannschaft überlebten. Die Leichen der anderen wurden aus dem Meer gezogen, mit einer Ausnahme. Man fand keine Spur von Archibald und seiner Truhe. Die Tagödie nahm einen noch größeren Ausmaß an. Die Nachricht traf Lord Rochester schwer, er verstarb bald darauf. Lady Rochester erkennte Kramgebeuge zu ihrer Familie nach Posten zurück. Auch sie starb kurz darauf. Diese einst edle Familie ist nun ausgelöscht. Was vielleicht nicht weiß, ist, dass Archibald Rochester die Steine sorgfältig auflisten ließ, bevor er an Bord ging. Ich konnte diese Liste glücklicherweise neulich sehen. Wenn ich mir die besonderen Kennzeichen so ansehe, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass einige der Steine, die eigentlich tief aus dem Grund des Indischen Ozeans schlummern sollten, mitten in der Schweizer Alpen wieder aufgetaucht sind. Ich konnte leider noch nicht herausfinden, was Almes Korby den Angestellten auf Norfurt in diese Gegend führte. Aber vielleicht weißt du mehr darüber, als ich erfahren darf. Liebe Grüße, Mycroft. Merkwürdig. Hier, lesen Sie das, Watson. In der Tat. Aber der Besitz eines solchen Schatzes ist für sich doch Ziel genug. Warum zum Teufel noch diese ausgefeilte Maskerade? Geld ist oft das Motiv für die niedersten Taten. Aber nicht in diesem Fall. Das sind in der Tat tiefe Wasser, Watson. Diese Leute folgen einem anderen dunklen Ziel. So verzweifelt, dass es jedes Opfer und jedes große Risiko rechtfertigt. Sie machen mir Angst, Holmes. Ich weiß. Manchmal mache ich mir selbst Angst. Genug der müßigen Spekulationen, Watson. Ich bat Sie, die Zahlen zu studieren, die der junge Davy gezeichnet hat. Zweifellos handelt es sich um einen Code. Was haben Sie herausgefunden? Nein, oder? Ich wollte mich das nicht verarschen. Wir müssen das selber lösen. Okay, hier ist was für ein Kompass, würde ich sagen. Nein, nicht mehr. 6, 8, 7, 9, 5, 4, toll. Was ist die Lösung für den Code, den in New York geschrieben hat? Symeines gut. Mein lieber Watson . Sie meines gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Ninge und Breiten gerade. Sie meines gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Sie meines gut, Ich hab keine Ahnung. Wie heißt denn das nochmal? Das gibt es jetzt heutzutage. Ach so, irgendwas gab es jetzt doch noch nicht. Koordinaten. Wobei doch, damals gab es das Wort Koordinaten ja auch schon. Koordinaten. Mit 2O, oder? Koordinaten. Nee, ich überleg mal ein bisschen, Leute. Wir sind gleich wieder. Das Rätsel ist extrem hirn-rissig, Leute. Wieder, ich hab ich mir jetzt erstmal nur, weil ich wirklich gar keine Ahnung, was ich hatte, ne? Ich geb's gerade drauf hinzu. Ich sag's euch, wie's ist. Da schauen wir jetzt einfach in die Lösung und tun so, als würde es einfach rausfinden. Ähm, ich guck nur mal nach dem Hint, wenn mir gar nichts einfällt und dann versuch's selber zu lösen. Hab ich aber in meinem letzten Jahr auch gemacht. Hier weiß ich jetzt, was der Hint ist. Also, wie ich drauf komm. Aber ob ich das jetzt ganz so mit euch zusammen jetzt verstehe und lösen kann, das müssen wir jetzt gucken. Also, und zwar ist es so, dass hier ein Schrägschiff ist. Und das ist quasi ein Beispiel. Hier sind alle Zahlen, ne? Von 1 bis 9. In irgendeiner Richtung. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Das ist ein Beispiel. Nach dem Schrägschiff ist los. Wir müssen jetzt immer eine Zahl finden, die nicht dabei ist. Laut der Lösung. Also, das sind Tipps. Das heißt, in dem Fall jetzt hier, da hab ich das schon überlegt, das müsste die 5 sein, weil die 2 kommt vor, die 1 kommt vor, hier hinten kommt die 3 vor. Die 4 kommt vor, die 6 kommt vor, die 7, 8, 9. Nur die 5 fehlt. Da hier das zweite 9 kommt, kann man quasi davon ausgehen, dass es hier weiter geht. Also hier noch in so ein Schrägschiff kommen muss. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 5. So. Ich notiere es hier mal rein. Ihr könnt ja mitgrübeln, ob ihr es schnell rausfindet. Machen wir jetzt einfach so. So, also, geht es dann hier weiter. Also, das ist eine 5. So. 9, 3, 4, 2, 1, 7, 5, 8. Da hier eine zweite 8 kommt, muss die Ende sein. Das heißt, es fehlt eine 6. Ja, genau. Eine 6 müsste da fehlen. Also haben wir schon mal 5, 6. So. Jetzt kommt die nächste 8. Das heißt, da geht es weiter. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Jetzt kommt aber wieder eine 5. Die 8, 9. Da sind sie komplett. Da fehlt keine. Das heißt, da kann ich auch keine aufschreiben. So verstehe ich das jetzt. Da da nur eine zweite 5 kommt, muss es hier neu weitergehen, wo jetzt gerade aktuell der Kölzer ist. Das heißt, die 5 kommt nach vorne, die 2 kommt nach vorne, die 7, 6 kommt nach vorne. Da ist die 9, da ist die 3. Da ist die 8. Das heißt, die 4 fehlt da. Hier kommt wieder eine 5. Das heißt, das kann ja nicht total das Code sein. 5, 7, 9, 8, 6, 4, 2, 1. Da fehlt ganz offensichtlich eine 3. Da geht es nämlich dann hier weiter. Weil hier eine zweite 1, zweite 2 kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es fehlt. So, da haben wir die erste Hälfte. Die erste Hälfte ist 5, 6, 4, 3, 6. Würde ich jetzt sagen. So, jetzt kommt die zweite. Ich gehe mal davon aus, dass es getrennt ist, weil hier halt nichts mehr ist. So, also 5, 9, 7, 2, 4, 6, 8, 1, 6, 1. 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind alle Zahlen. Das heißt, es geht gleich hier weiter. 3, 7, 5, 8, 9, 2, 1, 4, 8. Das heißt, bei der 8 ist Schluss. Da fehlt dann die 7. Ne, die 6 fehlt. Also, zur Hälfte fangen wir mit der 6 an. Dann kommt hier eine weitere 8. Das heißt, hier geht es weiter. An der Stelle. 8, 2, 9, 7. Da kommt die 3, da kommt die 4, da kommt die 5, da kommt die 6. Da fehlt die 1, würde ich sagen. Ja, da fehlt die 1, weil hier geht es dann weiter. Bei der 2, 9. 9, 6, 7, 5, 2, 4, 8, 1, 9. 9, muss also hier Schluss sein. Da fehlt in meinen Augen Filter wieder eine 3. Ja. Genau, da oben geht es weiter. 3. So, ähm, 9, 8, da gehört die 1, nee. 9, 8, 2, 5, 6, 3, 7, 1. 9, 8. 7 haben wir, 6 haben wir, 5 haben wir, 4 fehlt da. Dann fehlt da jetzt aber theoretisch eine Ziffer, weil wir haben jetzt oben 1, 2, 3, 4, 5 und unten haben wir 1, 2, 3, 4. Ich gebe das jetzt auch mal so ein. 5, 6, 4, 3, 6. Leerzeichen. 6, 1, 3, 4. Ja, geil. Also, das Ganze ohne Tipp darauf zu kommen, dass das die mögliche, also, dass das der Weg ist, das zu lösen, das ist übelst random. Also, wie soll man denn nur, wenn man das in Zahlen hat, dann darauf kommen, dass das die Lösung ist? Also, so ein Einstiegstipp, finde ich, bräuchte man schon. Deswegen habe ich den jetzt auch wiederholen müssen. Aber dann habe ich das selbst gelöst. Also, ja. In der Tat, sie können nur eine bestimmte Bedeutung haben, auch wenn sie sich mir im Moment entzieht. Was mein eigenes Rätsel angeht, ich konnte die Geheimnisse dieses Buches leider nicht durchdringen. Die Sprache ist archaisch und meine mageren Kenntnisse von Chiffren wurden hart auf die Probe gestellt. Ich habe nur Irrsinn und andere Absurditäten daraus ableiten können. Diesem Buch zufolge, falls meine Übersetzung korrekt ist, muss man dieses Zeichen mit menschlichem Blut schreiben und dann mit Überzeugung diesen aufschlussreichen Vers rezitieren. Dann ist das Opfer gebannt oder von Dämonen besessen. Ich sage Ihnen, Watson, das liest sich wie reines Geschwafel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was haben Sie gesagt? Was? Diese Zeichnungen, was für ein Grauen. Ich sage Ihnen, Holmes, dieses Buch bereitet mir großes Unbehagen, wie fast alles im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit. Mir ist gerade etwas eingefallen, Watson. Hat nicht der Buchhändler Barnes uns erzählt, dass er Altertumsgeschichte studiert hat? Vielleicht könnte er uns bei der Übersetzung dieses Buches helfen. Wir müssen bessere Köpfe suchen, denn wir kommen hier nicht weiter. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo Sie diese Leute hingebracht haben könnten und welche Konsequenzen Sie erwarten. Kommen Sie. Wir wollen sehen, ob Barnes uns vielleicht helfen kann. Mr. Holmes, Dr. Watson, was für eine Freude, Sie zu sehen. Wo waren Sie denn nur? Sie waren ja ein paar Monate fort. In der Tat, wir haben eine sehr lange Reise unternommen und sind eben erst zurückgekommen. Es gibt jedoch wichtigere Dinge zu besprechen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie etwas über alte Völker wissen? Ihre Sprache, Ihre Schrift und Ihre Sitten? Das habe ich in der Tat gesagt, Mr. Holmes. Warum fragen Sie? Sie sind genau der Mann, den wir brauchen. Mir ist auf unseren Reisen dieser esoterische Text in die Hände gefallen und ich habe mich gefragt, ob... Stimmt etwas nicht, Barnes? Mr. Holmes, wo haben Sie das her? Dieses Buch! Ein echtes Museumsstück! Wenn Sie so gut sein könnten, einige dieser Fragmente für mich zu übersetzen, stünde ich tief in Ihrer Schuld. Besonders interessieren mich diese Seiten hier. Sie sind in sehr schlechtem Zustand und scheinen daher am häufigsten gelesen worden zu sein. Mit Vergnügen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und Sie über meinen Fortschritt auf dem Laufenden halten. Ob das so gut ist, dass er sich mit dem Buch befasst, ist die andere Frage. Denn können wir jetzt von Lovecraft wissen, wahrscheinlich, welches Buch es sich handelt. Oder zumindest eine Ansprung darauf. Und alle wissen, was passiert, wenn man sich näher mit diesem Buch befasst oder das liest. Die wahren Worte. Glauben Sie mir, dieses Buch enthält ein... Ich glaube, das Bahnhof ist das nicht so gut überhaupt bekommen wird. Sagen wir es mal so. Das ist mein persönliches Empfinden als Lovecraft-Kennner. So. Ich würde aber sagen, Leute, wir beenden hier die Folge. Ich danke euch, bis zu sehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. und